IQ-Warnung! Unter 100 schlau kann das folgende Video verstörend sein und zur Aufklärung führen. Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt absichtsvoll verstörend gestaltet wurde und zu unkontrollierten Meinungsäußerungen führen kann. Solltest du dich unwohl fühlen, können wir das auch nicht ändern. Aber unser Thema in diesem Video sind Welpen. Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr habt Husky Team Vibes angeklickt, den Kanal für die totale Klärung. Wir sorgen für Erklärung, aber auch für Sie-Klärung. Und wenn es sein muss, auch für Verklärung. Heute habt ihr es aber mit der Abteilung für Aufklärung zu tun. Ich bin der Kanalarbeiter Kai und für die Rubrik How-To zuständig. Für ein Like wird der Content auch nicht besser, aber öfter. Unser Thema in diesem Video sind Welpen. Gehört ihr auch zu den Leuten, die Tierbabys einfach nur süß finden? Und die, besonders beim Anblick von Welpen, nicht anders können als Oh, wie so ein misshandelter Teddybär. Von sich zu geben. Gut, dann seid ihr hier richtig. Welpen sind süß. Da sind wir uns vermutlich alle, bis auf Teile der Space Frogs, einig. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, wie Welpen überhaupt gemacht werden? Wir uns nicht, aber wir kennen trotzdem die Antwort. Es gibt genau genommen, um Welpen zu machen, zwei Methoden. Das ist den meisten von euch wahrscheinlich neu. Und wir bitten euch auch dringend darum, die hier gezeigten Zeugungsarten nicht nachzumachen. Schon bei der kleinsten falschen Anwendung können ernsthafte Schäden entstehen. Zum Beispiel an den Nerven eurer Mitbewohner oder an Sofas. Ganz wichtig ist es beim Welpen machen. Ihr müsst Züchter sein. Was genau das ist und wie man das wird, erklären wir euch in einem späteren Video. Hier soll es erst einmal um etwas weniger Anstrengendes gehen. Die Pflanzmethode Für die Pflanzmethode braucht man zunächst einmal Blumenerde, einen Löffel, normaler Suppenlöffel, bitte keinen Teelöffel, Fell von einem weiblichen Hund und einem männlichen Hund. Und natürlich einen Blumentopf, wie ihr hier auf der Zeichnung sehen könnt. Zunächst einmal füllt ihr die Blumenerde in den Blumentopf. Die Größe des Blumentopfs wählt ihr dabei passend zur Welpengröße, wie ihr sie euch vorgestellt habt. Wir haben hier einen Husky-Welpen kreiert. Dabei wäre der Durchmesser des Topfes ca. 30 cm. Aber wenn ihr lieber einen Jorki oder Dackel machen möchtet, dann sollte der Blumentopf entsprechend kleiner sein. Es ist wichtig, dass beim Befüllen des Topfes Handschuhe getragen werden, damit keine Fingernägel, Ringe oder Popel in den Topf mit hineingelangen. Das Fell von der Hündin, hier eine Husky-Dame, kämmen wir vorsichtig heraus. Wichtig dabei ist, dass der Hund sich beim Kämmen wohlfühlt, sonst wirkt es sich auf den Charakter der Welpen aus. Ebenso gehen wir mit dem Fell von dem Rüden vor. Ihr solltet auch aufpassen, dass die Bürste vorher unbedingt vollkommen von vorherigen Bürstvorgängen gereinigt wurde. Es dürfen keine Rückstände älterer Haare oder gar anderer Hunde vorhanden sein. Am besten kocht ihr die Bürste in einem Kochtopf vorher ab. Damit geht ihr dann ganz sicher, dass wirklich nichts schief geht bei der Verpaarung. Das Fell der beiden Elterntiere füllt ihr dann in den Blumentopf. Dabei muss beachtet werden, dass beide Fellbüschel separat, aber in einem Topf eingepflanzt werden. Das Fell dann gut mit Erde bedecken und auf gar keinen Fall Wasser hinzufügen. Es ist nicht nötig, den wachsenden Welpen zu gießen. Dann heißt es, 62 Tage warten. Der Topf sollte dabei ruhig und abgelegen stehen. Der Standort muss bei dieser Methode nicht dunkel sein. Zu hell ist auch nicht gut, aber ihr versteht schon, wie ich das meine. Bei der Pustemethode benötigt ihr weniger Zutaten und sie sind auch einfacher zu beschaffen. Aber lasst euch dadurch nicht in die Irre leiten. Diese Methode hat es wirklich in sich und selbst erfahrenen Züchtern gelingt es eigentlich kaum, hier Resultate zu erzielen. Ihr braucht Fell von einer Hündin, Fell von einem Rüden und ein hochbeiniges Möbelstück oder einen hochbeinigen Kasten. Mehr nicht. Das Fell wird wieder mit einer Bürste herausgekämmt. Auch die sollte unbedingt absolut gereinigt sein. Dann macht ihr aus dem Fell der beiden Elterntiere einen Ball. Pustet den Ball unter das vorbereitete Möbelstück und wartet 9 Dreiviertel Nanostunden. Wenn ihr euch fragt, wie lange das ist, das ist in etwa so lange, wie man braucht das Wort auszusprechen. Und dann müssten bereits erste Entwicklungen zu sehen sein. Ja, da. Schemenhaft. Könnt ihr es sehen? Es hat tatsächlich geklappt. Ich erkenne da den Kopf eines Welpen. Wir haben das vor dem Video bereits einmal ausprobiert. Ja, da ist er auch schon. Dieser Welpe ist tatsächlich auch bereit, sein Wurfsofa zu verlassen. Er geht in Schlüpfposition. Wir können ihn nun als nächstes vorsichtig unter dem Sofa hervorziehen. Ja, und damit wären wir am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, welche Themen euch noch interessieren würden für diese Rubrik. Hier auf diesem Kanal geht es nächste Woche weiter mit den Pfotenreich News. Tschüss und bis denn. Euer Kanalarbeiter Kai. Bis zum nächsten Mal.